servus liebe fünf freunde willkommen zu cinemanoel aus liebe zum film ja ich heiße euch herzlich willkommen ihr freunde des guten filmgeschmacks und liebhaber besonderer film editionen denn heute geht es um die tape edition von john wick teil nummer 1 so schaut das gute stück aus richtig nice wurde mir freundlicherweise von tape edition hier gratis zur verfügung gestellt inklusive noch einen schönen weihnachtsfeiertage gruß da sage ich natürlich ebenfalls jetzt schon mal schöne feiertage außerdem habe ich hier noch ein paar richtig schöne sticker bekommen hier von tape edition paar aufkleber das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen und ich möchte im heutigen video natürlich die tape edition zum einen vorstellen dann mit dem steelbook vergleichen ja hier habt ihr schon mal einen kleinen vorgeschmack und dann natürlich gucken wie passt denn teil 1 und 2 zusammen von den tape edition und zum abschluss gibt es noch eine kleine info zu den land of the dead media box oder besser gesagt der austausch disk vom director's card also ihr seht es volles programm heute und deswegen würde ich sagen legen wir los heute aus der ego perspektive dann gucken wir uns zuallererst mal hier diese edition an der schriftzug ist geprägt so wie es schon bei teil 3 war das ist natürlich passend gemacht und sieht sehr cool aus veredelt das ganze natürlich auch noch etwas wir haben einen sehr scharfen druck auch wenn das natürlich bei diesem matten hintergrund oder bei diesen matten finish sozusagen ein bisschen schwieriger rüber kommt in hochglanz kommt alles natürlich etwas schärfer rüber aber hochglanz passt einfach auch nicht zu diesen tape editions deswegen ist das schon okay dass hier ein mattes finish gewählt wurde von anfang an so wie gesagt hier noch mal die gesamtansicht sehr cool was auffällt ist eben dass es hier eine andere farbstimmung hat als das steelbook dazu kommen wir aber nachher noch mal wir haben hier an den seiten dann noch mal den titelschriftzug zentriert ebenfalls geprägt hier in der mitte drauf ich kann das ganze mal so ein bisschen schräg halten dann könnt ihr das etwas besser erkennen so guckt man ja auch das natürlich sehr edel wir haben oben hier das studio kanal logo drauf und hier unten was sie noch klasse finde ein kleines porträt von unserem geliebten hund sehr nice und dann wenn wir oben sind bleibt man auch gleich hier haben wir auf der rückseite noch mal den titelschriftzug geprägt hier drauf wir haben ein paar fotos inhaltsangabe bonus material credits und unten dann noch die ganzen logos wie altersfreigabe hier ganz unten haben wir dann wie immer auch noch die limitierungsnummer muss das ganze jetzt bloß einmal umdrehen so jetzt kriegt man sind limitiert wie immer auf 1111 exemplare und ich habe meine lieblingsnummer die 69 mega geil perfekt dann legen wir das gute stück einmal hier hin greifen hier an den seiten rein machen es auch so sieht der schupe aus ist etwas härter als die anderen schupe fühlt sich dadurch auch wertiger an man merkt es auch wenn man das hier so zusammen drückt aber okay da liegt jeder selber irgendwie wert drauf oder nicht muss jeder für sich selber entscheiden so schaut dann die tape edition aus kennen wir ja jetzt schon mittlerweile zu genüge hier diese geprägten elemente wo dann diese lentikular bildchen mit eingebaut wurden bei den spulen das ist natürlich auch etwas das ist nur bei diesen tape editions gibt genauso wie hier diese prägung hier oben drauf gibt es auch nur hier das label hier ist aufgeklebt und nicht aufgedruckt ist auch einzigartig vom design her richtig nah ist und dann haben wir hier die rückseite um noch mit den schrauben hier noch mal der schriftzug tape edition welche geprägt ist und hier dann auch wieder so einen kleinen lentikular effekt auf der rückseite der spulen und so sieht das dann von hier aus dann machen wir das ganze auf wunderbar so schaut der inhalt aus was auch einzigartig ist ist halt dieses teil hier diese schaumstoff einlage die verhindert dass die disk rausfliegt das ist natürlich sehr gut gelöst die haben dann hier die disk selbst so schaut die aus schönes design gefällt mir gut dann gucken wir uns kurz die disk halterung noch an so sieht die aus bei manchen ist ja hier auch so ein schaumstoff bobberle sage ich immer angebracht hier haben wir eben so eine plastik halterung und hier haben wir dann noch zwei poster die poster zeige ich euch jetzt am besten aus dieser ansicht so habt ihr einen viel besseren überblick machen wir das ganze einmal auf hier haben wir poster numero eins so schaut das aus sehr scharfer druck natürlich etwas doof mit diesen knicken hier wo es gefaltet war da hat man sich aber was einfallen lassen auf der rückseite haben wir dasselbe motiv allerdings hier an den knick stellen oder an den fall stellen hier mit diesen news look und so kann man sich das ganze eigentlich schon an die wand hängen wenn man den mark und auch den nötigen platz dafür hat das lege ich mal zur seite dann schauen wir uns noch ganz kurz das zweite motiv an auf der einen seite hier wieder komplett clean auch hier ein sehr scharfer druck und so dann die rückseite ebenfalls wieder an den knick und fall stellen hier mit diesem news look sozusagen und sind die bekannten cover motive poster plakate die wir schon im vorfeld kennengelernt haben ich lege das jetzt einfach mal hin und wir machen weiter aus der ego perspektive dass dann also die tape edition zu john wick 1 wie gesagt ich wollte das ganze noch mit dem steelbook vergleichen ja dem original deutschen steelbook und wir sehen eben dass die farbstimmung hier etwas anders gewählt wurde und so sah da die rückseite aus neben die rückseite der tape edition aber bei john wick gibt es eben diese stylische neon optik sieht man auch hier wenn man das steelbook aufmacht allein schon bei der j card die es damals dazu gab und wenn man das ganze eben mit den anderen editionen außen ausland vergleicht dann passt das hier schon von der farbwahl viel besser wie wir sehen können das war teil 1 wenn ich das hier noch mit anderen editionen von teil 2 vergleiche also das passt mega gut zusammen ist halt immer persönlicher geschmack nicht wahr aber ich finde hier wurden sich auf jeden fall schon mal gedanken gemacht wie man das ganze denn passend zusammen bekommt und wenn wir die beiden jetzt hier nebeneinander legen dann sehen wir dass das halt schon sehr gut miteinander harmoniert als wenn das jetzt hier von der farbstimmung so gewählt worden wäre also meiner meinung nach sehr gut auch eben hier mit dem steelbook das passt alles gut gelöst und ich bin mega zufrieden damit was sagt ihr dazu schreibt es mir doch bitte in die kommentare so viel also mal zur john wick edition jetzt gucken wir uns aber selbstverständlich noch an was sich hinter dem heutigen türchen des lego harry potter adventskalender verbirgt heute ist die 19 dran lasst uns mal gucken oh hier können wir schon ein bisschen spicken dann schauen wir mal heute haben wir mal ein bisschen deko material nämlich einen kamin der ist richtig schön gelungen guckt man hier die verzierungen finde ich echt toll das kleine bisschen feuer und hier drüben oder hier drüber noch der kranz also echt toll und das wertet das ganze natürlich noch mal ein bisschen auf denn ich finde es so die kleinen sachen so die deko sachen die machen das gewisse etwas aus dann wie zu eingangs noch erwähnt gibt es neuigkeiten zum thema land of the dead da hat mich jetzt nämlich die austausch disk auch erreicht kam in so einem kleinen kuvert hier an sondern so eine umverpackung wenn man das ganze rauszieht hat man dann hier eben die disk so schaut das ganze aus recht unspektakulär aber hier oben ist dann auch der hinweis vertreten land of the dead corrected version also ich halte das ganze jetzt noch mal rein so seht ihr hier oben habt ihr den hinweis land of the dead corrected version und somit könnt ihr dann hier aus eurem media book was immer ihr für eine cover variante habt die disk austauschen ich habe euch das ganze ja schon präsentiert und ihr könnt sie auch ganz gut auseinander halten wie gesagt hier oben nochmal der hinweis korrekte version somit ist auch das schnell aber erledigt oder erledigt worden man muss sagen ja shit happens ist passiert aber der austausch erfolgte recht mühelos problemlos ging zügig von statten und so muss das ganze auch sein und dann sind wir alle wieder happy und das noch rechtzeitig vor weihnachten jawohl schönes fest feiern ich bedanke mich derweil an dieser stelle fürs zugucken bis zum nächsten mal und servos